Kommt jetzt wirklich der Great Reset? Den Begriff lese ich in letzter Zeit immer wieder im Netz. Der große Umbruch heißt das übersetzt. Heute klären wir für euch die wichtigsten Fragen dazu. Erstens, was hat es mit der Theorie zum Great Reset auf sich? Zweitens, wer ist Klaus Schwab? Und was hat sein Buch mit einer angeblichen Weltverschwörung zu tun? Und drittens, was soll bei diesem Great Reset passieren? Und was passiert wirklich? Das recherchiert der Faktenfuchs. Er geht Behauptungen nach und entlarvt Falschmeldungen. Aber die Wahrheit ist nicht immer einfach. Über den Great Reset spreche ich heute mit Elisabeth Kagermeyer aus dem BR24-Faktenfuchsteam. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Klüspies zu diesem Thema recherchiert. Hi Elisabeth. Hi Florian. Elisabeth, jetzt könnte ich sagen, im Internet akkursieren so viele verschiedene Verschwörungstheorien und seit Corona habe ich das Gefühl, sind sie eh noch mehr geworden. Also warum sollt mich und warum sollt euch jetzt ausgerechnet die Theorie zum Great Reset interessieren? Das ist laut Experten, mit denen wir gesprochen haben, mittlerweile die Verschwörungstheorie Nummer 1 zu den angeblichen Folgen der Pandemie. Die verbreitet sich auch deshalb stark, weil es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht wie eine Verschwörungstheorie. Und die Theorie hat den Sprung aus dem Netz in die Politik geschafft. AfD-Politiker waren davor. Hans-Georg Maaßen hat Bezug drauf genommen, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. iserungsschutz.